Mein Name ist Lorenz Knorr, 1921 in Eger, jetzt Cheb, in den deutsch besiedelten Gebieten der Tschechoslowakei aufgewachsen. Er lernte Beruf, Schriftsetzer und Buchdrucker, nach 1945 tätig in der sozialistischen Jugend als Landes- und als Bundessekretär, 25 Jahre lang an der Spitze der Deutschen Friedensunion und dann Bundessprecher der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Wer in den 20er und in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts in den deutsch besiedelten Gebieten der Tschechoslowakei in einer Arbeiter-Funktionärsfamilie aufgewachsen ist, der kam von Kindheit an mit den politischen Problemen, mit den politischen Kämpfen in Bewegung. Mein Vater war vor dem Ersten Weltkrieg der bekannteste Streikführer in Eger und nach dem Ersten Weltkrieg war er, obwohl nicht mehr arbeitstauglich, immer noch ein Redner auf Gewerkschaftskundgebungen und Versammlungen und das erlebte der Sohn natürlich mit, denn oft nahmen ihn die Eltern mit zu politischen Veranstaltungen, besonders natürlich am 1. Mai oder an anderen Festtagen der Arbeiterbewegung. Die prägenden und formenden Eindrücke waren aber das Jahr 1933, als das deutsche Kapital und der deutsche Generalstab der Naziführungsgerichte die Macht zuschob und 1934 in Österreich, als die klerikofaschistischen Heimwehren die Arbeiterbewegung zusammenkartetschten. Nach unserem Verständnis, dass die Entwicklung der Menschheit von niederen Formen des Zusammenlebens zu immer höheren Formen des Zusammenlebens geht, war das natürlich ein gewaltiger Rückschlag, denn die deutsche Arbeiterbewegung war die stärkste in der ersten internationale und die ideologisch gefestigste und von der österreichischen Arbeiterbewegung konnte man dasselbe sagen. Wir erfuhren bei uns durch die Emigranten nicht nur die schrecklichen Schicksale der Antifaschisten, sondern wir erlebten auch die internationalen Wirkungen dessen, was mit dem zivilisatorischen Rückfall 1933 geschah. Bis zu diesem Zeitpunkt war es in der Tschechoslowakei so, dass für die Arbeiterparteien, die tschechischen, die deutschen, die Klassenfrage in den Vordergrund stand, das heißt der Kampf um bessere materielle und kulturelle Lebensbedingungen. 1933 hörte das natürlich nicht auf, aber je mehr sich die Nazis, die Hitleranhänger, in den deutschen Gebieten der Tschechoslowakei entfalteten, umso mehr kam es zu einer neuen politischen Frontstellung. Auf der einen Seite die zunehmend aggressiver werdenden Hitleranhänger in den deutschen Gebieten der Tschechoslowakei, auf der anderen Seite die deutschen und die tschechischen Antifaschisten. Es ist also nicht so, wie jetzt oft behauptet wird, es ständen sich die Deutschen und die Tschechen gegenüber, diese nationalistische Betrachtungsweise ist ein verspäteter Versuch abzulenken von den tatsächlichen Problemen, die wir damals hatten. 치z-alleistische Betrachtungsweise und die Bedeutung. Anwendung des Tschechischen Betrachtungsweise